Topfgucker TV empfiehlt. Wir bieten nicht nur frisch gezapfte Biere, sondern haben auch fantastische hauseigene Weine und in der Zukunft auch hauseigene Schnäpse, Gin, Rum und so weiter. Das kommt alles in ein paar Tagen auf den Markt, was wir gerne auch den Gästen mit zum Mitnehmen anbieten wollen. Dann können Sie gerne Ihre Feiern bei uns feiern, das heißt Geburtstage, Hochzeiten oder irgendwelche gesellschaftlichen Einlässe. Für alles sind wir natürlich offen und würden uns freuen über Ihren Besuch bei uns. Wir haben heute für Sie etwas Besonderes vorbereitet, was es, ich würde behaupten, nur in unserem Haus dann geben wird. Und zwar einen fantastischen Begleiter zu unserem frisch gezapften Bier, und zwar das sind eingelegte Würste. Es ist ein traditionsreiches Gericht aus Tschechien und als ewiger Begleiter zum Bier trinken. Also, ich sage mal zum Wohl, Nasdaravi, und wir sehen uns gleich in der Küche. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de Die Schnaps-tv-de Die honoredenfeier und Rezepte unter www.so-tto-tto-tto.de